Du hast mir ein tolles Leben versprochen. Das ist es nicht. Selby, du hast ja recht. Ich weiß, aber ich weiß nicht. Gar nichts verstehst du. Nicht mal, als ich dir gesagt habe, dass ich fast verhungert bin, hast du was unternommen. Weiß nicht, aber ich dachte, dass ich vielleicht... Du nutzt mich einfach immer nur aus. Nein, das stimmt nicht. Und ob das stimmt? Du nutzt mich nur aus. Das stimmt nicht, Selby. Er hat mich geschlagen und vergewaltigt. Er hätte mich umgebracht, wenn ich ihn nicht getötet hätte. Verstehst du das? Ich habe das für uns gemacht. Ich hatte so Angst, dass du weggehst von mir. Du bist alles, was ich hatte. Im Kino nebenan läuft gerade The Women. Und im Saal daneben läuft gerade The Fast and the Furious. Ja, also eigentlich war das ja eh ein Scheißstück, oder? Na? Na komm. Ich grüße dich, ich bin der Memo Fried. Wir werden mal auf die Bilder einladen, also du und ich, wir können das jetzt einmal ruhig mal machen, was? Ich bin der Vincent und du bist... Hi Vincent, ich bin Anna. Oh, Anna. Und, äh, sonst so? Oh Mann, oh Mann. Aber, weißt du, ist nicht schlimm. Ey, weißt du nicht, wenn ich uns beide denke, du musst nur mit uns aussehen. Das meinst du jetzt nicht wirklich, oder? Das war's. Untertitelung des ZDF für funk, 2017